würde mich wundern wenn ich jetzt schon die ganze erde verbraten hätte ach ja habe ich ja bin ich blöd scheiße ich muss erde schaufeln war ich gerade so froh dass ich die ganze erde weg habe und dann die kacke schon wieder jetzt muss ich erde schaufeln ach hier wird sich anbieten wie viel schaufeln habe ich dann bei der dürfte reichen so haben wir hier mal ein bisschen was weg nachher und davon wollte ich auch noch angleichen na scheiß framerate jetzt muss ich glaube ich optionen einfach grafikeinstellungen normal aus aus fertig fertig vielleicht bringt es was vielleicht kommt spiel jetzt endlich darauf klar wäre jetzt schon cool jetzt reicht es mir schon langsam mit dem geruckle und ob die feine will ich jetzt nicht installieren also das müsste ich vor jeder aufnahme warten bis das wieder da ist also bis das wieder angeglichen wurde für die neue versionsnummer und darauf habe ich jetzt auch keine sonderliche lust perfekt so dann mache ich hier so hier kommt ein größeres tor rein ich hasse das gras ich dreh durch so brav 1 2 3 zwei fackeln hier hingesetzt wie immer ja wird schon wird schon ein bisschen größer die ganze sache und vor allem ich sperre dann gleich mal schafe mit ein fackeln werden wieder einen haufen rauf gehen ich will ja das ding doch erleuchtet haben nicht dass hier doch wieder irgendwas spawnen und ich dann fröhlich rumtingelnd scharfe kloppt und dann überrascht mich was aber das sage ich glaube ich auch in jeder aufnahme dass mich ja nichts überrascht und dann tut es ja doch so noch mal kurz was gefressen der junge hat schon wieder hunger so immer diese skips kurz ich drehe am rad hier so weg mit dir gib mir die erde schon wieder aus nein muss ich noch ein bisschen erde schaufeln glaubst du es nicht so acker ich mich hier durch und erzähle von sonst was äh keine ahnung immer schon die ideen für die minecraft 200 gemacht ich hoffe ihr guckt sie an würde mich auch freuen wenn ihr mal meine minecraft 100 angucken würdet war ein haufen arbeit drin deswegen finde ich schade wegen so wenig klicks und wäre halt cool wenn es mal drauf sehen könnt sagt mal ob es gefällt oder nicht in minecraft 200 habe ich jetzt wieder was ganz anderes vor ob ich es jetzt umsetzen kann zeitlich weiß ich noch nicht wird sich noch die zeit zeigen also die woche wird sich es zeigen würde ich sagen weil recht viel länger kann ich mir auch nicht mehr zeit lassen zum anfang ist ja doch nicht mal mehr monaten bis hier minecraft 200 am start ist ja scharf friss ruhig so und jetzt ist mir der zaun ausgegangen ja prima so hier mache ich auch mal dicht er braucht hier schon wasser meine viecher ist nicht die haben kein durst so laufen wir wieder mal zurück wie immer einfach wie gehabt hm so zu bam ähm äh 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 was wollte ich jetzt ach ja ich brauche Holz irgendwas Holziges brauche ich 64er stack uh Holz dürfen wir auch mal wieder schlagen gehen so wie das hier aussieht so machen wir äh zwei 64er stacks Holz das dürfte reichen hoffe ich kriege ich vier stacks oder ein paar mehr Stiggis raus so 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 zwei sind übrig juhu kriege ich noch zwei Zaun zusammen gut dann gehen wir auch gleich wieder los wenn es nicht schon wieder dunkel werden würde dann gehen wir halt erstmal ins Bett ist jetzt auch nicht so verkehrt so hingelegt knackgelegt kurz gestreckt äh auch wenn ich noch nicht lang aufnehme so aber gut gestreckt ist halt gewonnen und dann locken wir wenn ich den wartet mal ich brauche ja noch ich brauche ja noch so zack zack vier Stickys das war so 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 hey aufs erste scheiße ich brauche mehr ich wollte ja drei machen nein so das dürfte aber jetzt reichen eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei eins zwei dann haben wir wieder zwei Zäune hoppala kurzer Schluck auf ähm kurz über drücken so jetzt haben wir es wieder im Griff dann hört er sich nicht an wie dass ich ins Mikro kotze der glaube ich auch mal läuft sich so äh 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 voll ins Mikro reingekotzt du kotzt mich an Junge so kurz ausgekotzt so dann habe ich es hier mal soweit scharf du bleibst drin dich über äh umzäune ich schon noch so äh hallo du weigerst dich oder so 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 na zum kurzen hier so jetzt mach ich mal hier so rüber hey ein Flüchtling ein Flüchtling ein Flüchtling jetzt mach ich die Koppel hier noch ein bisschen breiter ne hier noch nicht erst so ab hier so brav scharf so dürfte das reichen so so dann haben wir hier so eine riesen Fläche was man mit Schafen voll machen können ist halt praktisch so so Rasenmäher spielen auf breiter Flur so ab hier so na blöde Schaf dann können wir Schafe sammeln gehen dann machen wir das Ding erstmal so richtig knackenvoll ist ja glaube ich auch lustig so du bleibst hier rinnen nicht dass du flüchtest schon wieder so aber ich bin da nicht anständig ah fuck soll die Kacke ich baue die Dinger einfach zu groß und ich nehme einfach zu wenig Zaun mit so Weizen hätte ich bei wenn es wäre dass ich dann schon mal ne Fangrunde machen kann ach Fackeln könnte ich noch machen und da hinten dürfte ich auch noch ein Törchen reinbauen so jetzt hole ich aber erstmal neuen Zaun und neue Fackeln hatte ich hier schon wieder Fackeln verbraten hab das wird auch keiner mehr lustig finden ich hab hier schon wieder einige Fackeln verbraten so ach drauf geschissen machen wir das alles so oh oh Meno mir geht das Holz aus äh ein 64er Stack dürfte glaube ich reichen ich bin mir nicht ganz sicher 16 Stück 2 Stück so 22 dürfte jetzt glaube ich reichen dann wollte ich noch was ein paar Stickies für für Fackeln kann man ja nie zu viele haben weil gebraucht werden ist es sowieso wieder ach ja und eins und Gate wollte ich noch bauen dass ich nach hinten auch schön durchgehen kann so schöne 8 Bit Mucke mal wieder auf dem Ohr das muss auch sein äh huch da war ich schneller als das Hirn das verarbeiten konnte so Schweine und Kühe freuten sich mal wieder miteinander an eigentlich müsste ich das Ding so ungefähr reinschlagen dann könnte ich hier straight durchgehen das mache ich auch glatt mal und als Sicherheit bringe ich noch ein paar Fackeln an und die hier schafften logge ich jetzt mal hier rein weil die sollen jetzt auch nicht so verloren hier rum stehen eine Herrscher an Schafen da hinten sind noch paar schafen Vielen Dank.